So, Leute, Hallihallo, Sui ist wieder da und er meldet sich nach seinem 200er Abo-Special, danke nochmal dafür Leute, zurück mit seinem neuen Projekt The Legend of Zelda für das SNS und jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier funktioniert, ah, ok, gut, ähm Ja, ich habe neue Aufnahmetechnik noch ausprobiert, deswegen kommt das jetzt ein bisschen später, als ich es eigentlich angekündigt habe Wie nenne ich mich denn? Ich nenne mich... Das ist ein toller Name, ok, ähm, Moment, wie geht das? So, gut, also, ähm, ja, deswegen, ich hoffe, das klappt jetzt, ich werde das, wow, unglaublich Ich werde das ausprobieren und hoffe, dass es funktioniert, wenn ich dann streiche ich einmal ganz laut und fange nochmal komplett von vorne an, naja Ich werde ungefähr eine halbe Stunde aufnehmen und wenn ich dann ein schönes Ergebnis habe, sage ich juhu Und wenn nicht, dann sage ich, bleh, und wir nehmen uns wieder das Schwert, yes So, The Legend of Zelda, ein Spiel, was, glaube ich, jeder von euch kennt, was jeder Mensch auf diesem Planeten kennen muss Wow, das gab's da schon, cool Ähm, von meiner Seite aus gibt's dazu zu sagen, ich habe es, glaube ich, wie jeder andere Mensch, der Nintendo-Spiele hat oder ein Nintendo hatte Ah, ah, früher auch gespielt Allerdings muss ich dazu sagen, es ist extrem lange her Das heißt, man könnte eigentlich schon sagen, dass es blind ist Und da komme ich nicht weiter, gut, ähm, weil, na, ich erinnere mich an gar nichts mehr Also, Steuerung grob, Tempel waren da, ja, hm, aber wo diese Tempel waren, etc., alles, nö, keine Ahnung Und komplett durchgespielt habe ich es damals auch nicht, ehrlich gesagt, ja Ne, weil, ich hab immer bis zu Ganon gespielt, also, weißt, immer einmal war ich bei Ganon und Oder, ja, gesagt, in seinem Schloss Was ich allerdings dann nicht geschafft habe Und, naja, deswegen weiß ich gar nicht, wie es da weitergeht Meet the old man at the grave Okay, I do, I will Lalalalalala, lalalala, lalalala, lala So, ähm, haben wir irgendwie eine Karte oder einen Anhaltspunkt oder sowas? Moment, Triforce, USB-Button Hm, ne, okay, okay Ah, stirb Und, ja Der erste Tempel Wo war der erste Tempel? Dann müssen wir, glaube ich, jetzt sogar direkt hin Und da ist wieder nichts Das freut mich natürlich Da, 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 dumm Da, 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 da So Was ist hier? Hier seid ihr? Ihr komisch Ah, Oga, Oga, Oga Oga Oga, 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 okay Oh mein Gott, der erste Tempel Moment, geh weg Tatsächlich Oh mein Gott, das war ja eine richtig lange Reise Okay, egal Jupp, wir sind im ersten Tempel Okay, dann wollen wir noch Oh mein Gott, noch ein Schlüssel Stirb, oh mein Gott, oh mein Gott Oh Gott, ich sterbe Nein Oh Gott, oh Gott So, oh Wow Gut, okay Ja, was wird noch bald folgen Ich möchte auch Eigentlich, ich möchte es jetzt ankündigen, ja Ich möchte unbedingt in meiner Let's Player Reihe Ein RPG spielen Es wird wahrscheinlich nur das einzige RPG sein, aber ich möchte Hauptsache ich konnte ein RPG spielen Deswegen wird deswegen Neben Zelda vermutlich, ich weiß ja nicht wie lange das hier dauert Noch ein Spiel kommen Welches verrate ich noch nicht Und es folgen noch andere Sachen, denn Ich habe ein paar Let's Play Together Ich habe es vor Yep Unter anderem mit Sie, Miro Wie bereits angekündigt Und jetzt mit meinen neuen Aufnahmetechniken Ist das sogar mal machbar, glaube ich Das heißt, es kommt demnächst bald Bubble Bobble spielen wir Sie, Miro und ich Und nein, das bleibt nicht alles Denn Ich spiele auch mit Dake Jezra Wieder mal ein Spiel River City Ransom Heißt es, glaube ich Yes, das wollen wir spielen Also er möchte spielen Und ich sage mal Yo, machen wir Und mit Ali Alligator 1024 Wird Snake Rattle and Roll Bespielt Ein anderes Ich bin tot Ich sollte nicht so viel nebenbei Davon Okay Egal, das werden wir spielen Snake Rattle and Roll Und vielleicht noch irgendwelche anderen lustigen In der Spiele Auf jeden Fall Diese Spiele werden demnächst auch noch folgen Wann kann ich nicht genau sagen Auf jeden Fall Weiß ich, dass sie kommen Meine Schlüsse blieben mir erhalten Gut, dann heiß ich jetzt mal Scheiß auf die Schleimdinger hier Und ich sehe gerade, das ist Level 3 Gut, ich dachte, ich bin nicht im ersten Tempel bin AAAAAA Okay Das ist das Schöne an diesen Spielen Sie sind Nicht leer Ich glaube zumindest, dass sie nicht leer sind Oder kommt hier später nur irgendwas Wofür ich ein Item brauche Ich weiß nicht mehr, was es hier für Items gibt Oh mein Gott Ich will eine Karte Das wäre mal voll super Karte Okay, und ich höre Schreie Schreie, Schreie von Monstern Stirb 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 Oh mein Gott Stirb AAAAA Man Ich treff die nicht Ich treff die sowas von überhaupt nicht Ich treff die sowas von gar nicht So Die killt Oh nein Nein, hört auf, mich zu nerven Okay, irgendwie sterben die nicht Die hier sind unzerstörbar Ich glaube, ich hätte hier nicht zuerst reingehen sollen So, nee Das wird nichts Okay Der weg Weg Geh weg Oh mein Gott Er zieht mein ganzes Herz ab Er zieht mein ganzes Herz ab So Und du bist offen Yeah Fortschritt So, äh Sorry, weiter geht's Ich wurde gerade Ganz böse unterbrochen Von nervigen Leuten Naja Wie auch immer Okay, spielen wir weiter Also, äh Fortschritt Ja, äh Gut Und hier kommen komische Stromkugeln Aua Gebt das ein Türchen da auf Yes, yes, yes Oh, da hinten liegt ein Kristall Ein blauer Kristall Wie viel die wohl wert sein mögen Fünf Wow Welch unglaublicher Aua What the Ist das ein Endgegner oder ein Vorboss? Aua Aua Okay, egal, egal Ja, ist aber lang Nein Mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Er zieht mir ein ganzes Ding ab Okay Moment Jetzt muss ich auch fassen Yeah Oh mein Gott Ich seh Ja Ich bin der Profi Müsst ihr wissen Der absolute Zelda Gamer Hier Wie man sieht Egal Ich spiel weiter Ich will diesen Tempel jetzt zuerst machen Weil Baum Ist es einfach so Ich bin hier reingegangen Und jetzt habe ich mir das selbst zuzuschreiben Ich wette gleich Kommt noch irgendwie eine Stelle Wo dann Ich weiß ja gar nicht Da war noch ein Raum dahinter War das jetzt der Boss? Okay So Also ich weiß jedenfalls Es ging oben rechts Ging es zum Boss Deswegen gehe ich jetzt Oh mein Gott Das Kompass Oh Gott Das war richtig Na gut Egal Aber hier muss es doch noch Irgendwas anderes geben Oder? Ja So einfach Kriegt er mich nicht Sie hätten die Tode In dem Spiel hier eigentlich gezählt Weil ich weiß Dass Beim anderen 2D Zelda War es auf jeden Fall so Dass die Tode gezählt worden sind Okay Moment Bevor ich so hoch gehe Gehe ich hier runter Aua Oh mein Gott Die zieht zu viel ab Okay Ausweichen So Oh Gott Alter Mann Es sind zu viele Da unten Es wird gut bewacht Heißt da muss irgendwas Wichtiges drin sein Nein Oh Gott Nein Mann Okay Jetzt Bäm in die Ecke Warum Manchmal fliegen die voll weg Und manchmal irgendwie Oh Gott Halt doch Nicht so viel aus Was ist los Kollege Okay Das ist wieder so typisch Ein Treffer noch Und man wird auf einmal ganz vorsichtig Und dann wird man auf einmal Gar nicht mehr getroffen Dann ist man auf einmal der Held Und dann stirbt man auf einmal Wieder in so einem Scheiß hier Bam Siehst du da wieder wegfliegt Wenn ich hier vor hinten treffe Kann das sein Nicht von der Seite Oh Gott Mann Ich ahne was passiert Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Gut okay 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 What the fuck Okay What the fuck Äh 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 Gut Wer fällt mir dazu nicht ein Okay okay Und jetzt Ausweichen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich will da rein Scheiße Oh Gott Ah Nein Oh Gott Warte Moment Und da Und Toll Was zum Verfickten Scheiß So Ähm Die sind zum dritten Mal gestorben Denn Ich bin Voll der Profi Gamer Und geh da rein So Ähm Den Weg Den merke ich mir auch mal Für Nachher Ne Mann Jetzt werde ich hier schon bei den Scheißwüchern Geben Lappen Genau Die lassen doch nicht mal Herzen fallen Das ist voll Krass Okay und da geht's links weiter Hier hab ich den Kompass gefunden Der einfach so rum lag Ich geh weg Oh Mann Gut Jetzt bin ich wieder fast tot Boah Und ich ahne schon Die Team Bestimmt ja auch Auch Ganzes Herz Hab So Einfach schnell weg Hier Okay Ah ja Gut Toll Bitte heißt Irgendwo da hinten ist noch ein Schlüssel Ich weiß vor allem Was soll ich hier noch rumliegen Also ich mein Okay Scheißegal Komm Ich geh nochmal zurück Und versuch nochmal hier den Den Johnny da zu killen Also den Raum durch Durchqueren Eher gesagt Oh